Ich möchte einen Spruch vorstellen mit Gesten, der im Kindergarten sehr beliebt ist, weil er so rhythmisch die Kinder mitnimmt. Und an dem Beispiel kann man auch sehen, wie man die Kontraste von schnell und langsam schön variieren kann. A-Rolle, Ba-Rolle, Habersack, was treibt ihr da für Schabernack? Hölzer hacken, Kuchen backen, Socken flicken, Strümpfe stricken. A-Rolle, Ba-Rolle, Habersack, das ist ja gar kein Schabernack. Und jetzt ganz klein und flink wie die Zwerge. A-Rolle, Ba-Rolle, Habersack, was treibt ihr da für Schabernack? Hölzer hacken, Kuchen backen, Socken flicken, Strümpfe stricken. A-Rolle, Ba-Rolle, Habersack, das ist ja gar kein Schabernack. Und noch einmal so groß wie die Riesen. A-Rolle, Ba-Rolle, Habersack, was treibt ihr da für Schabernack? Hölzer hacken, Kuchen backen, Socken flicken, Strümpfe stricken. A-Rolle, Ba-Rolle, Habersack, das ist ja gar kein Schabernack. A-Rolle, Ba-Rolle, Habersack, das ist ja gar kein Schabernack. A-Rolle, Ba-Rolle, Habersack, das ist ja gar kein Schabernack. Ba-Rolle, Ba-Rolle, Habersack, das ist ja gar kein Schabernack.